Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blizzard's Overwatch. Heute mit Liquid. Quack, quack, servus. Mit Good Gaming, Nils. Hallo. Downloadcard. Jo. Miss Lemon. Hallo. Und Nephias. Hallo. Die haben die Roboter-Lady. Die haben drei Tanks. Die haben drei Tanks. Einer wird sofort gehockt für uns. Der Affe kommt raus. Der Roboter ist schon mal down. Boah, ich bin auch sofort gehockt. Junkrat ist down. Junkrat ist down. Und ein Lucio haben die auch. Haben sie sich abgeguckt. Läuft. Ach. Aus den Schatten. Oh. Oh. Wollack für euch. Ach scheiße. Ich vertausche immer eh mit dem Shift-Move von Reaper. Dann bleib ich immer stehen und er kann mich tothauen. Ach. Die Wache wird mein sein. Vorsicht gegen Verkehr. Oh, Junkrat. Oh. Oh. Das klang gut, ey. Bisschen kaputt gemacht. Oh, sie macht eh. Hier. Heilung. Komm. Danke. Oh, der hat die Oldie an. Ich auch. Er ist tot. Okay. Kriegt der Drache über die ganze Map? Ja. Hier habt ihr ein bisschen Heilung. Heilung. Nisi kommt zu mir. Ah. Hinter uns. Hinter uns. Das ist Kunkrat. Wallhack. Scheiße, ey. Schade. Der Lucio ist gut. Oh, wer hat Lucio grad gelastet? Ja, ich. Das sah gut aus. Oh, meine Ulti hat eh gewöhnt. Der hat halt auch meine Ulti überlebt, der Lucio, ey. Alter, ich hab grad ne 15er Killstreak. Wen spielst du denn? Widowmaker? Ja. Ich bin doch nicht einmal gestorben, die Runde. Ja, gut, du stehst oben auf dem Berg, ne? Ja, ich hab immer durch den Wallhack, muss ich immer gucken, als Junkrat die Ulti gezogen hat, die war für mich. Oh. Aber ich hab das ja gehört und bin weggesprungen. Sorry. Hier, links kommen sie. Alter, drei Stück. So, der Junkrat hat jetzt seine Ulti an. Also, er kann sie sehen. Der Junkrat ist, okay. Ja, gut, er hat sie ja trotzdem noch. Ah, die Nase juckt. Ah, die geht doch nochmal. Easy. Komm mal her. Bam, Junge. Dalo, bei dir könnte einer sein. Auf Tisch war es in die Fresse. Oh. Oh. Ich lauf grad voll falsch. Ich lauf grad voll falsch. Mhm. Pass auf. Die kommen hier wieder durch, Dalo, wo sie vorhin durchwollten. Ah. Haben die einen Hanso? Ja, haben sie. Jetzt, ja. Alter, die haben sowas von kleinen Verlust. Totale Zerstörung gerade. Totale Zerstörung. So. Oh. Ähm. Der Affe ist da. Oh. Oh. Den hab ich. Die haben noch eine Widow. Die hat mich weggesnipert. Der Reifen ist kaputt. Jetzt haben die auch eine Widow. Ja, ja. Die hat mich gerade weggeholt. Ich werde mich an ihren Seelen laden. Lucio. Au. Ninja. Ninja. Scharfschütze. Überlasten Sie. Okay, ich bin eingesperrt gerade. Das ist nicht gut. Wir werden eingesperrt. Ja, links und rechts steht jeweils ein Gegner. Ja, warte ich komm. Der Link, der Junker, der ist gerade vergiftet. Nein, jetzt hast du mich erwischt in der 17er Killstreak. Erst lad ich nicht hoch. Lad ich nicht hoch. Der Dalu ey. So eine schlechte Runde. Kommt, Leute. Soldier hat mir eine Granate in den Bauch gerammt, ey. Was ist denn da noch? Boah, getroffen. Vollidiot. Ich will, dass das, dass er das in dieser Runde gewinnt. Oh, er mich, Alter. Diesen Step. Oh nein. Komm her. Ja. What? Den kriege ich, den kriege ich. Ha. Butter. Der Lucius ist fast tot. Lucius? Den kriege ich. Ja, ich weiß nicht, warum. Wegen einem anderen Champion, der irgendwie so heißt. Vielleicht LOL oder so. Yes. Keine Ahnung, deswegen komme ich immer auf Lucius. Da ist Lucien, oder? Lucio. Ohne. Der hat immer einen Buchstaben am Ende. Scheiße. Da gibt es einen, der Lucien im Fall. Lucien im LOL und der hier ist Lucio. Auch nicht Lucio, sondern Lucio. Oh, der Affe hat alle unten nicht weggeholt. Nee, ich lebe noch. Echt? Ich war auch nicht. Oh ja, ich bin grad noch. Jetzt mach ihn fertig, die olle Sackgarten. Komm her, Junge. Oh, Leute. Bisschen Damage. Oh, das hat weh. Bisschen Damage. Ich räum da voll auf wieder. Ich räum hier auf. Oh. Warte. Oh. Scheiße. Der Lucio ist fast da unten. Ich hab mich da reingestellt und meine Ulti angemacht. Und die Sniper mich einfach weg mit einem Schuss, ey. Für mich gibt es keine letzte Ruhe. Oh. Wow. Witzchen Damage. Wow. Der Affe. Die hatte doch Wallhack an, oder? Hat man das gehört? Ach, das... Die hackt. Die hatte die Ulti nicht an. Oh, Leute. Die Sniperin, ne? Ja, ich mach die eigentlich fertig, aber die hat grad angemacht. Die hat angemacht. Die hat Klicker an, ey. Scheiße Rechts Das war eine Seele, schon gut Die hier Sniper ist fast down Mit einer hinrichten Dodged alles Ah, da oben ist noch eine Die haben zwei Sniper Jetzt ist die oben down Jetzt hab ich die back wall Soldier down Hinter dir, da Nephi Der Ninja Von dem soliden Beat hab ich ein bisschen Angst Wie viele Sniper haben die denn jetzt? Zwei Haben sie auch erst genommen, nachdem sie zerstört wurden Ja Das ist korrekt Und die Aktion des Spiels ist eh wieder Irgendso ein Bobo, der mir der Oldie drei Kills geholt Wenn du das wärst, würdest du dich feiern Komm Mit so einer billigen Rüchte 17er Killstreak Ja Ist nicht gut Ja, lieber mit Farah Wie das Schwert des Donnerklests Ja, das ist gut Ach, komm ey Die haben doch alle an, ey Boah, das ist hinter dir liquid, ne? Hab's jetzt dann auch gemerkt, ey Die haben doch alle an Der ist fast tot, ja Ja, den hab ich noch gekriegt Wooh Den Seh dich Okay, die schieben Was? Die hat voll an Das war ein One Click auf Bastion Ich war grad um die Ecke Oh Shit, ich seh keinen von denen Alter Einer ist irgendwie oben weiter Ein Sniper ist down 2 Leute gekillt Hab gleich noch 5 Stunden statt Wow Gut, dass der Roboter, äh, dass der Affe keinen Schaden macht, ey Da konnte ich mich noch aufbauen Ein Sniper down, kein Problem, ja? Hallo Lucio down Wallhack arms Hallo Hallo Aha Die haben zwei, äh, die kommen mit nem Reinhard an Ja, so, komm, kein Stun Reinhard und Affe ist jetzt da Ja Ist fast down der Affe Nice Egal, was die da haben, ey Nein Und noch um die Ecke irgendwie geholt Und dann noch jemand geholt Hi Und hier gibt's nen Kuh Oh In der Ulti ist es wunderschön Bäm, bäm, bäm Ziii Und nach der, in der Slowmotion noch eingeholt Ja, wir hatten nen Bastion Da ist die Aktion, du spielst ja wieder weg Hallo, den hab ich am Ende erst genommen Den hab ich am Ende genommen, um zu verteidigen Das ist wahrscheinlich wieder einmal Ulti gedrückt und da gestanden, ey Ne, hat sie nicht, 43% Das war es gewesen, genau, das hab ich mir schon fast gedacht, ja Boah Das war tatsächlich ganz geil Das war okay Das waren nicht nur Assists, das war Du hast ja immer den Last Hit gemacht Ach selbst, ja Ich hab den Affe nur noch wen gekillt Längste Killstreak Eliminierung 31 Nix Nix Von mir aus Ach komm Ja komm Ja komm Ja Dafür wird das Match aber nur neutral bewertet Ach ja übrigens, das könnt ihr wirklich mal machen Drückt mal auf Positiv, ne drückt auf Spieler bewerten Und macht bei uns allen Positiv Wenn wir mal alleine spielen sollten Hab ich schon Dann kommt ihr sozusagen bevorzugt mit uns in ein Game Vielleicht läuft man noch einen anderen Weg Läuft Macht schon Spaß Zwölf Eliminierung, acht Todesstöße 23 Das ist nicht schneller Von sieben meine Ich würde jetzt gerne nochmal was Offensives spielen, aber das mit Lucio war ja gerade ganz geil Jemand anderes Ja gib mir mal Lucio dann oder so Jo Was nehm ich denn dann? Dann nehm ich mal Diva, wie wärs damit, hm? Pam, 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 pam Es gibt noch so viel mehr Charaktere, ne, aber manche will ich einfach gar nicht spielen Ja Ach stimmt Aber ich versuch mal den Link an Crossfade, wechsel zwischen zwei Songs Aufdrehen ist eh Und Q macht Soundschilde Ja Äh 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 Okay Boah Lucio ist so schnell alt Skirmisch Ich bin gerade im Skirmisch Ja Heißt dein Angriff Skirmisch oder die Map? Mein Angriff heißt Skirmisch Watchpoint Gibraltar Skirmisch Der Modus ist Skirmisch glaub ich Germisch, Leute könnt ihr alle kein Englisch? Germisch, was soll das denn sein für ein Wort? Gemetzel, Kampf, Gefecht, sowas Okay Ich hab doch gesagt der Modus heißt so Echt? Es klingt wie Russisch Meine Freunde So wen haben wir jetzt hier? Oh Jetzt gehts erst los Okay Der Hanso hat mich gerade gewonnen Schon mit nem Lucky Shot Ey das ist immer das Traurigste Ey Ja komm ich ne Mcree Die sind Power Die greifen an Jetzt haben wir drei Mcree's oder was? Oh Mann Soll ich denn das andere nehmen? Nein Okay warte Machen wir Mcree only oder was? Okay Machen wir Mcree only Komm Hi Nune Heiß das wir so witzig Ein Traurig match Ja? Gut Zu viele gleiche Helden ist auch schön Pappalapapp Das ist doch Orange Das geht Oder Oder sollen wir danach noch ein Part machen Und da zwei Traurigunden machen Einmal Reinhard, einmal Mcree only Das träumige Windu jetzt Jetzt wird gewonnen Nein Die wissen gleich nicht um welchen Mcree es geht Ey Wenn nicht zeigen Nicht zeigen Einfach gleich fünf Mcree's rausrennen Warte Stellt euch mal bitte im Kreis auf So dass ihr euch alle so seht Ein bisschen Ja Und dann den Und dann C gedrückt halten Und schon mal die Maus nach oben Aber noch nicht loslassen Auf dem Mode Drei Zwo Eins Ich hab's aufgenommen Jawoll Geil Geil Allein der Sound Brrrr Ja dann mach mal einer hier Ist doch immer noch dieselbe Runde Da kommen sie Achso Ach ja stimmt Wir haben ja nicht neu angefangen Audi Ein Reaper sehe ich Eine Mercy sehe ich Gucken was sie geheilt hat Wir werden so auseinander genommen Dank ähm Hanzo Die Diva Wer ist das? Wir werden nicht auseinander genommen Ja wir machen jetzt Oh Torbjörn baut da hinten direkt den Turret auf Ne also aufgefasst das kann ich aber von hier aus sehen Der Hanze zielt sofort Dash mal sofort raus Wie Ja sofort Ja sofort ein Kill Geil Mach den Torbjörn down Ich hab das Geschütz zerstört Von dem Zwerg Der Ninja ist hinter uns Hinter uns Linker Eingang Der kommt da jetzt Wird gehansot Ich wurde gehansot Oh ich auch Aber der ist richtig low Ja Okay das ist das Problem bei Hanzo Wenn der einen von uns trifft sind wir tot Nicht unbedingt Der trifft nicht Gott Der ist fast tot jetzt der Hanzo Schieß ihn ab Das ist nicht so einfach Ach das Geschütz hat mich sogar gekillt Und nicht Hanzo Was macht der scheiß Ninja hier Boah das Kack 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 Ihr habt ja nicht anders gewollt Ha Ja Hier Ich hab's noch hingehalten Ich hab' dir einfach zu so ohne die Runden Der Ninja ist hier Oh mein Goat Oh mein Goat Die Stunde hat... Nein! Da hat ein Wurfstern noch getroffen. Wie wir alle am Tor stehen und Pew Pew machen, ey. Pass auf. Achso. Na guck mal, der Ninja. Und keiner sieht ihn. Der steht oben auf dem Berg, rechts neben der Base. Wir nehmen gleich alle mal einfach alle Ninja aus. Wow, mit Tanks. Alles Schwein-only, ey. Ninja ist down. Hast du ihn gekillt, Nils? Er hat mich sofort gekillt. Was? Wie das denn? Wir kommen hier nicht raus. Oder wir müssen aufhören. Wir können mal links rumgehen. Weil da, da kann er tot und sofort hinziehen. Niemals! Scheiße, da leben. Wie geht das? Wow! Oh, Hanzo macht seine Ulti. Möchtige Drachen! Also zwei sind gleich tot. Zwei sind tot. Oh, Mann. Die wärst echt durch. Ich muss da mal gucken, was die Ulti ist. Oh, der blöde... Eigentlich geht es mit McCree sogar. Denkt an, ihr seid Nahkämpfer, ne? Das ist euch bewusst. Wow! Die Flashbang und dann rechte Maustaste. Da tötet ihr fast jeden mit. Ja. Ja, das Problem ist einfach... Boah, der kriegt die Aktion des Spiels, der Guy. Alter, der hat gerade drei Leute gekillt. Aber wie? Ohne Ulti. Ach, nerv. Links auf dem Stein ist der Ninja. Der ist schon wieder hier. Ach, ich komm meine Granate nicht werfen. Den Ninja musst du erst blenden. Sonst hast du keine Chance. Ich treff den. Okay, jetzt können wir ihn. Der ist so schnell. Das ist ein guter Ninja auch. Man trifft den einfach echt nicht. Boah, bitte. Ja, Baby took's down hier. Oh Gott, ey. Pfeiler ist tot. Wie sieht die Ulti aus eigentlich? Du gehst in so eine Duell-Stands und dann musst du kurz warten. Dann jeder, der im Bild ist, bekommt einen Headshot. Aber die meisten überleben das. Du musst... Wenn du ein bisschen länger wartest, dann gibst du Instant Headshot. Nächste bitte. Aber nicht jeden. Da ist der Ninja wieder. Shit, der... Und Reinhard auch tot. Kommt, Leute, wir schieben gerade. Das geht zum Kurven. Ja, wir kümmern uns gerade darum, dass der Ninja hier tot ist. Und der Turf down. Sehr gut. Ja, mit seinem... Ninja ist immer noch oben. Ja, der ist aber low. Also der wird hinter euch gleich vielleicht kommen. Ja, ich hab eine Granate ready. Boah, der hat mit einem Dash Chigo und Dalu durchgeschnitten, ey. Wir waren noch beide, aber super low. Ja. Meine Scheiße ist noch nicht gut. Ist gerade beängstigend ruhig. Ja, wenn die tot sind, dann haben die auch einen Weg. Ah! Ah, hinter uns der Ninja. Meine Granate trifft den nicht. Oh, super. Super. Wenn er den Munitionsabwehrgedöns anmacht. Nee, nee, hat er nicht gehabt. Aber muss die Granate reizen, wenn ich die auf den Boden werfe vor ihn, oder muss ich ihn treffen? Ach so, die geht eh hoch. Die fliegt ja nicht weit. Die fliegt ja nur einen Meter. Ja, wir müssen sehr weit laufen jetzt. Und jetzt kommen wir nur mit so wenigen. Das wird jetzt hart. Oben ist einer. Bis zum nächsten Checkpoint ist nicht weit. Das ist nur ein paar Meter noch. Also das könnten wir noch schaffen. Ja, dann lassen wir hier noch ein bisschen direkt bleiben. Der Ninja kann auch sofort aus der Scheiß-Stun wieder raus, ey. Der war jetzt eine Millisekunde gestunnt nur. Nur mit der Ulti, glaube ich. Hat er nicht angehabt. Der hat sich rausgedasht. Nee, der hat sich rausgedasht. Mit seiner Shift. Ist tot, oder? Äh. Ich hab's nie aufglocken sehen bei mir. Nee, hab ich nicht. Ich hab zwei Leute geklaut. Hab ihn. Ja, Tracer ist in dem Raum. Jetzt haben sie eine... Oh, schnell weggezogen. Oh, der... Ja, nice. So, jetzt müssen wir ran und schieben. Ha, von hinten. Oh. Der Affe ist da, aber ich schiebe trotzdem. Ich hab ne Ulti. Die sollen sich mal alle schon in unsere Reihe stellen. Komm ich hier. Ach, kacke. Ah, scheiße. Und ich seh keinen einzigen mit der Ulti. Unten, hinten, rechts. Komm grad zu dir, der... Habe ich in den Affen. Go, go, go. Da ist ein tolles Ding in's. Smile. Highline's down. Ja, das Ding ist... Wenn Hanso mich nicht kriegt, dann... Oh, ne. Schick ist auch noch da. Sehr gut. Ja, das Ding geht. Hanso, guck grad auf mich. Hanso ist down. Wie wir das noch schaffen. Reaper down. Das machen wir jetzt mit jedem Char, dann haben wir ne neue Serie auf YouTube. Bracer ist down. Jetzt immer schon den Respawn brechen. Ich geh sehr weit nach vorne. Um halt immer wieder einen zu töten, wenn er kommt. Einer muss halt weiterschieben. Hitdowns. Da war irgendwo ein Hanso. Ah, nee, das war der Ninja-Ulti. Oh, Ninja-Ulti war das, glaub ich. Der Typ ist nicht gestoppen. Der Affe ist down. Könnt ihr weiterschieben? Das Tor geht zu, ich komm nicht mehr rein. Ja, ich hab den Ninja. Links lang, ne, flass. Oh, das Tor. Das Tor, nein, mach wieder auf. Oh, der Ulti nur für mich. Hab ihn gestunt. Er ist tot. Fuck, Fraser ist fast tot. One for one trade hier, ey, scheiße. Oben ist Hanso. Du bist Lemon über dir. Wie wir aussehen, oh Mann. Ich höre einen Ninja. Nice, er ist tot, ja, der Ninja ist auch tot. Ulti von Hanso. Möchtige Drachen. Au. Er hat mich am kleinen C getroffen. Ja, mich hat er ein bisschen mehr als nur kleinen C getroffen. Habe einen, habe einen. Das heißt, es ist endlich das Häkchen unter dem Namen. Ah. Ich höre, Hanso ist down. Oh. Ach Gott. Ach, er hatte schon wieder dieses Antimunitionsgedöns. Oh, der Ninja kommt. Oben über uns sind welche. LOL. Ja. Ach. Ach, das Ding rottet schon wieder rückwärts. 소ftalo. Weeper. Wie viele Tracers haben die zwei Tracers? Mercy is down. Ja Liquid und ich komm jetzt gerade also angerannt. Nephi auch. Der Ninja is down. Das ist immer gut. Anzug steht noch da oben. Super, Tracer gekillt, die wurde aber direkt wiederbelebend. Die hat kurz davor noch ihre Ulti hingeschmissen, die blöde. Vete-Pock. Wir haben länger gehalten, als ich dachte. Ja. Wir können es doch schaffen. Mit McCree kann man es locker packen. Man muss mit ihm nur üben, zu treffen mal. Der Charakter ist richtig krass. Da kannst du jeden auseinandernehmen. Die Kraft wurde ausgehalten. Kann da einer hin? Ich versuch's aber. Wuh! Nee. Wir haben nur einen Doppelkill gemacht am Ende, jawoll. Wir haben gerade für eine Sekunde aufgehört, weil sie dachten, sie gewinnen jetzt. Zwei wichtige, drei wichtige Leute sind gerade gestorben, bei denen ich... Das geht noch. Hopp, hopp, hopp. Da geht noch was. Oben ist einer. Oben, direkt über euch. Oh, der Ninja kommt oben, Ninja kommt oben. Der ist tot, der ist tot. Ich hab Ulti an, falls sich einer zeigt. Tracer ist tot. Der kommt, der kommt von oben. Jawoll. Mörsen, lol. Noch mit Tracer tot. Noch mit Tracer tot. Miss Lemon danced hier oben. Weiterschieben, wir brauchen jeden Meter. Nicht weggehen. Wir haben jetzt wieder 1,45 Meter Zeit. Weiterschieben, weiterschieben. Passt 5. ULTI. Oh, von rechts. Einfach wegdashen, das geht. Jetzt instant tot, ich geh schieben. Tracer von rechts, hinter dir Dalu, hinter dir. Oh, die haben Bastion geholt. Ach, die sagten Kack Ninja, ey. Bastion hat sich da hingestellt, Bastion hat sich da hingestellt. Oh, kann mal jemand den Spawncamper umbringen, bitte? Welchen? Hauptsache, wir schieben gerade, das ist gut. Wir machen gerade was gut. Pass auf, da steht ein Bastion. Ja, hab ich gekillt, hab ich gekillt. Oh, das Schild, wenn die dieses Prisma vor sich hat, ist das ein Schild. Hilf mir jetzt hier bei den Ninja, der hat nichts mehr. Ich fand das jetzt langgegangen, gute Idee. Oh, wer hat mich nahe erschrocken, wo ist der denn? Ach, Hanzo. Okay. Die ist tot. Ich glaube, die fassen es glaube ich gerade selber nicht, dass sie von McReese überrennt werden. Renter steht da hinten. Boah, fuck. Der ist Bastion, ey, der ist echt mies. 40 Sekunden, Leute, wir müssen schieben. Einer muss links außen, ich bin leider zu langsam dafür. Links außen und dann den Ding in den Zweck. Nein. Scheiße. Den besten. Ja, zwei sind tot. Ich geh gerade mal weg. Ach, scheiße. Der Besten wird hart. Egal. Oh oh. Der wird nicht hart, den muss nur einer irgendwie umrunden können. Weiter laufen, ihr müsst gleich an den Wagen. Also ich würde auch am Wagen sein, wenn die Zeit abläuft. Ganz wichtig. Ich schaff's in 10 Sekunden nicht mehr. Noch 10 Sekunden. Oder? Komm nicht ran. Und dann kriegt er alles vorbei. Vorsicht! Yes. Nice. Ne, verloren. Schade. Aber war ne gute Runde, ey. War ne gute Runde. Haben sie dann noch auf Bastion. Ja. Komm, kriegt einer von uns? Ach, schade. Natürlich nicht. Natürlich hat Bäschen mit. Ne. Guck mal, wie spannend das Game ist. Das Geile ist, ey, sein Video ist an 100 Megabyte groß. Wie er nun reinhält, weißt du, ey. Richtig, professionell schwerer Charakter. Ja. Ja. Hey, wir haben eine Seite. Läuft nicht. Richtig. Sagen wir einfach mal, McCree war der Beste. Das sind für alle die Besten gewesen. Komm, lass noch ein Part machen. Noch mal mit zwei Ohren. Der Part ist jetzt erst mal vorbeischieben. Ja, ich weiß. Ich würd sagen, schaut bei der anderen vorbei. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.